Heyho und willkommen zu einem weiteren 100% Zonen Video. Wir befinden uns auf der Zone Saphirlauf, auf dem Planeten Kriegsverstand, plus minus Planeten Kriegsverstand. Die Zone ist sozusagen die zweite Zone, die es in diesem DLC gibt, auf der es was zu machen gibt. Da es eine DLC Zone ist, braucht ihr das vierte DLC, und zwar das DLC Psychokrieg und der fantastische Fassterklack. Weil, ne, Copyright-Friendly natürlich, nicht Cluster-Fuck, sondern Fassterklack, ne, man muss ja drauf achten, bei einem Spiel ab 18, da kann man ja nicht sowas wie Fuck sagen. Das ist die zweite Szene, äh, Szene, ja moin, zweite Zone, es gibt wieder dreimal die Signalrauschverhältnisse, beziehungsweise ich nenne die Dinger ja Erinnerungsboxen, weil Signalrauschverhältnisse kriege ich auf Dauer nicht ausgesprochen. Die Zone ist sehr lineal, äh, lineal, genau, lineal, nicht linear, sondern lineal. Sie hat meiner Meinung nach für das DLC einen sehr großen Wert, ähm, sie ist sehr schön, sie ist traurig auch teilweise, ähm, allerdings auch teilweise halt weniger traurig, als sie hätte sein können. Für alle, die, die jetzt keine Ahnung haben vom Hauptspiel, äh, bitte weghören, weil ich spoiler dann jetzt, ähm, Maya ist tot. Das ist, ähm, halt, das ist in diesem Borderlands 3 Hauptspiel gestorben. Und wir wissen alle, dass Maya so die einzige ist, die Krieg je wirklich verstanden hat. Und es wird zwar von Krieg angesprochen, ähm, wir wissen, dass sie weg ist. Also, dass beide, der Gesunde und der, ähm, Psychokrieg wissen beide, dass die, dass Maya weg ist, ähm, aber irgendwie ist das das Einzige, was sie besprechen. Einmal kurz Shop, wir sind hier auf der großen Ebene. Wir haben hier links oben die erste Erinnerungsbox, dafür müsst ihr hier hochgehen zum Baum. Da ist eine Buchstation, das Buch bekommt ihr erst in dieser Zone. Das Buch da aktivieren, einmal hier hochspringen und habt dann hier die erste Erinnerungsbox. Zack, da. Einmal aktivieren, dann spawnen wieder die Kugeln. Die Kugeln müsst ihr abschießen, ich empfehle euch dabei irgendwas, was gut auf Ranges ist. Ich habe jetzt einfach irgendeinen Billo LMG von Dahl dafür genommen, äh, SMG, nicht LMG. Ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann habt ihr die erste Erinnerungsbox. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Ähm, ihr seht hier, die zwei geben euch eine Nebenmission, ähm, die bleiben da, spawnen aber erst, wenn ihr hier in der Nähe seid. Also, ihr müsst so oder so dahin, also kommt ihr nah genug dran, dass die spawnen. Auf jeden Fall spawnen die Nebenmissionen hier in diesem DLC nur, wenn ihr nah genug dran seid. Deswegen habe ich, ähm, am Anfang ein paar verpasst. Jetzt, ähm, dann, nachdem ich es da wusste, habe ich natürlich alle gefunden. Ähm, werden wir hier aber noch ein paar mehr Zonen haben. So, wir gehen weiter. Und ich rede natürlich weiter. Wir waren stehen geblieben. Ähm, wie gesagt, Maya ist ein sehr großer Bestandteil, äh, für Krieg. Oder ist ein sehr, ein sehr, Opola-Zug, äh, ein sehr wichtiger Charakter für Krieg. Ähm, und sie spielt auch eine große Rolle in Erinnerung, äh, vor allem für den gesunden Krieg. Wie viel Psycho-Krieg, beide sind sich bei ihr ausnahmsweise einig. Das ist so das Besondere. Beide sind sich bei Maya einig, ähm, was das angeht. Und, allerdings, wie gesagt, finde ich es etwas schade, dass, ähm, der Tod nicht, also, nicht so thematisiert wird. Sondern, also, ja, wir sind in Erinnerung. Wir, wir haben hier mit den Erinnerungen, äh, zu tun. Und in Erinnerung ist natürlich, ähm, Maya immer noch da, weil es ist ja die Erinnerung. Allerdings finde ich das hier und da ein bisschen schade, weil zum Beispiel das, ähm, Tiny Tina's Assault on Drank Keep DLC, das ist das letzte, das vierte DLC für den, äh, fürs zweite Borderlands-Spiel, hat eindeutig besser damit umgegangen, wie Tiny Tina den Verlust von Roland, der für sie auch eine sehr wichtige Persönlichkeit war, verarbeitet, beziehungsweise nicht verarbeitet hat. Ähm, das war ganz anders. Das, hier haben wir bei dem DLC, ähm, mehr das Problem, wie Krieg mit der, unter dieser gespaltenen Persönlichkeit leidet. Was auch super interessant ist, muss ich ja ehrlich, ehrlicherweise zugeben. Äh, lass mich mal kurz gucken, wenn ich da schon zu weit gerannt bin. Da und da hinten ist einer noch perfekt. Ähm, was natürlich, das ist also, das DLC ist abgespaced, wirklich cool abgespaced. Es ist, ich finde es was Geiles, ähm, einfach mal so in Anführungszeichen im Kopf vom Krieg zu sein. Allerdings finde ich die Thematik, um die es geht, und zwar um dieses Dasein mit einer gespaltenen Persönlichkeit, super gut gemacht. Ähm, es ist auch super interessant gemacht, muss ich ehrlich zustehen, äh, ehrlich zustehen, ehrlich zugeben. Allerdings, muss ich auch sagen, an der Stelle, dass hier und da etwas näher drauf eingegangen hätte sein können. Also, zum Beispiel in der ersten Zone hatten wir das ganz extrem. So, warum ich hier gerade warte? Wenn ihr hier seid, wenn ihr hier in dieser Zone seid, da links, da hinten ist nichts Spannendes, also nichts, was ihr für die 100% braucht. Allerdings ist hier hinten eine Nebenmission. Hier spawnen wieder Psychokrieg und Gesunderkrieg. Die spawnen aber wirklich erst, wenn ihr hier hinrennt. Oder zumindest, wenn ihr hier rüber springt. Wenn ihr hier hinspringt, dann spawnen die erste, dann seht ihr erst das dann in der Nebenmission. Es ist leider ein bisschen verwirrend, muss ich sagen, das hätte man irgendwie anders lösen können. Ähm, aber Gebox hat sich dafür entschieden, das so zu machen. Wir gehen weiter. Und, also wie gesagt, ich hätte mir teils gewünscht, also auf der einen Seite finde ich es übelst geil, wie mit der Thematik umgegangen wird, dass der gespaltene Persönlichkeiten hat. Ähm, und die Geschichte, wie das dazugekommen ist, ist auch super dick, äh, super dick, ja mein, super interessant, muss ich sagen. Ähm, allerdings, wie gesagt, hätte ich mir hier und da ein bisschen mehr gewünscht, dass auf die Geschehnisse eingegangen wird. Und, also in der ersten Zone hatten wir es ja, also die, die schon gespielt haben, wissen das, hatten das mit dem, ähm, hey, wir haben Mordecai und, ähm, Dingsbums, heißt ja, Mordecai, Brick und Lilith sehen, sehen Krieg nur als Psycho. Und das denkt halt Psychokrieg. Äh, und dann zeigt der gesunde Krieg ihm danach, dass es gar nicht so gewesen ist. So, ja, mir, wenn ihr hier durch dieses Portal an der Zugbrücke gesprungen seid, kommt ihr hier rein. Und das sieht sehr nach, äh, Athenas aus, ähm, sollt ihr wahrscheinlich auch, weil ist ja Mayas, Mayas sozusagen, Mayas Heimat. Und dann geht ihr hier links hoch und habt dann hier ein kleines Jump'n'Run vor euch. Zack. Ihr seht schon, es spawnt vier Plattformen, das heißt etwas Neues, wenn ihr hier nämlich die Erinnerungsbox aktiviert, kommen wieder Kugeln raus und eine spawnt da hinter der Wand. Dann müsst ihr, also bei mir hat es gereicht, wenn du bis hier gesprungen bist, dann kannst du die auch abschießen, das hat bei mir gereicht. Ähm, müsst ihr mal gucken. Eine ist auch hinter dieser Säule, äh, lustigerweise kannst du einfach auf die Säule schießen und es wird, also es zählt, als hättest du die, äh, getroffen. Deswegen, auf jeden Fall, nach der Brücke durch das Portal direkt links habt ihr die zweite Erinnerungsbox. Ja, äh, Hilfe, nicht runterfallen. Ne, und dann haben wir natürlich halt, ähm, jetzt die zweite Zone ist mit Maya und die dritte Zone beschäftigt sich dann sozusagen mit der dunklen Vergangenheit, also warum Krieg ja wirklich, äh, Buch, äh, Buch links. Ähm, warum Krieg wirklich Krieg geworden ist, ähm, das sind, wie gesagt, das ist, das wird super geil thematisiert, dieses, dieses ganze Schizophrenie, äh, nicht Schizophrenie, das ganze gespaltene Persönlichkeitsdasein wird super gemacht. So, hier hinten habt ihr auch wieder eine Nebenmission, die euch erst angezeigt wird, wenn ihr hier seid, dann spawnen erst Psycho-Krieg und Krieg, also der gesunde Krieg. Also wirklich dran denken, dass ihr alles probiert mitzunehmen, wenn in Maps. Eine, eine Mission habt ihr auch hier hinten, da werde ich jetzt gar nicht hingehen, die kriegt ihr aber vorher, die kriegt ihr, äh, im Psycholand, also in diesem Hauptareal, wo man rumrennt, deswegen ist das eigentlich kein. Problem, die zu finden. Wir haben natürlich auch dann mit dem DLC, muss ich ehrlich sagen, eine überraschende Wendung eingeschlagen. Ich dachte auch eher, es wird mehr, also das Tiny Tina DLC war ja so das DLC, das vierte DLC, das krasseste DLC von, äh, Borderlands, ähm, 3, einfach, äh, nicht nur was Länge angeht, sondern halt auch was Story angeht. Also um genau zu sein, äh, für die, die es nicht verstanden haben, das Tiny Tina DLC erzählt ja die komplette Story von Borderlands 2 nochmal. Nur natürlich mit dem verschrobenen Gedankengang von Tiny Tina. Wirklich das komplette Spiel, rein theoretisch spielt ihr 1 zu 1 nochmal. Natürlich kommen ein paar Charaktere dadurch weniger vor, weil Tiny Tina sie nicht kennengelernt hat oder nichts mit ihnen zu tun hatte. Manche machen mehr, manche machen weniger. Ja, Roland eine super Wichtige, ich kämpfe hier jetzt gar nicht, ich renne hier jetzt einfach durch das Portal. Äh, im Hauptspiel müsst ihr hier einmal kämpfen, bevor ihr weitergehen könnt. Ähm, wirklich, das ist dann natürlich, dann hast du... Kommt jetzt hier eigentlich nicht... Ach ne, eigentlich kommt hier so ein Erinnerungsriss-Ding. So, guck mal, wir sehen direkt hier... Ähm, erstmal E-Mode hier, moin. Erstmal Fingerland. Da ist eine rote Kiste, ist aber für die Herausforderung scheißegal. Brauchen wir nicht. Fertig. Reicht. Ne, auf jeden Fall. Das DLC, das vierte DLC, dieses Krieg-DLC, ich muss sagen, es ist super. Es hat mich, aber ehrlich gesagt, wirklich ein bisschen off-guard erwischt. Also so vom Trailer und so dachte ich halt, es wird so ein crazy abgefucktes DLC, was es ja auch geworden ist. Ich meine, guckt euch mal um. Hallo Zug. Ähm, guckt euch mal um. So, aber es ist, es gilt auch mit einer Thematik, die an vielen Stellen gar nicht mehr so einfach ist. Und das muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, also wirklich dieses, dieser, dieser Aufhänger, dieser gespaltene Persönlichkeit von Krieg und wie er damit umgeht, wie er damit nicht umgeht, eventuell halt auch, ist schon was anderes so. Hier, das ist eine Nebenmission, da müsst ihr kurz da unten hin, da ist nichts Spannendes. Wir wollen aber hier, kurz bevor ihr sozusagen das Ende erreicht, also ihr seid durch ein neues Portal gesprungen, seid dann hier angekommen. Hier ist ein Showdown-Platz, da könnt ihr von mir aus fighten, da kann man relativ gut fahren, da kommen viele Gegner. Und hier wollen wir dann nach links weggehen, zu diesen Zahnrädern. Natürlich vorher hochaktivieren, weil sonst fallt ihr unter. So, wenn ihr diese Erinnerungsbox aktiviert, fliegen zwischen jedes Rad ein Ding. Das heißt, ihr müsst wirklich, also, da ist eine Kugel, da ist eine Kugel, hoppala, fast runtergefallen, da ist eine Kugel und hier ist eine Kugel. Eigentlich fände ich es cool, wenn hier hinterher noch eine Kugel gewesen wäre, so nach dem Motto, jetzt musst du gezielt schießen, so warten, bis das Ding da, ähm, halt, ne? Also, rumfährt, aber man kann nicht immer alles haben, aber man merkt schon, die Dinger werden um einiges schwieriger als in der ersten Zone, also ich habe das gemerkt, ähm, sie sind um einiges komplizierter und schwerer als die aus der ersten Zone und die in der nächsten Zone werden noch schwieriger. Das war es aber allerdings schon, wir haben damit auch die Zone, die Zone, scheiße, man, die Zone schon auf 100% bekommen und das heißt, es gibt hier nichts mehr zu tun. Das Ende ist nur noch ein Bossfight gegen den Lokomöbius, also gegen den Zug, was ganz cool ist, Alter, als Endgegner einen Zug zu haben, ist schon ziemlich lachkick, ähm, braucht ihr aber nicht. Wir gehen nochmal alles im Schnelldurchläuf durch und das heißt, wir haben hier, wenn man von der Zone startet, haben wir hier einmal im ersten großen Kampfgebiet, haben wir hier oben, na, gehen wir mal ein bisschen näher ran noch, haben wir hier oben die erste Erinnerungsbox, ich hoffe, es ist zu leuchten, dann geht es mir auf die Nerven, danke, äh, haben wir hier die erste Erinnerungsbox, dafür müsst ihr hier hoch, hier das Buch reinlegen und dann da drauf springen, Kugeln abschießen und das war es. Dann geht es weiter, ja, jetzt ist das hier so langsam, hier springt ihr in das Portal, kommt dann hier raus, wenn ihr da rausgekommen seid, einfach, kann ich dich auch wieder wegnehmen? Na, das ist ein Bug, super, gerne Wegpunkt, ich werde wegmachen, egal, wenn ihr hier rauskommt, direkt einmal links gehen, dann könnt ihr das Ding hier, die zweite Erinnerungsbox, eigentlich gar nicht verfehlen, das ist also wirklich so gut wie unmöglich. Danach kommt ihr wieder mit durch ein Portal, kommt dann allerdings hier raus, ah, jetzt kann ich mich wieder entfernen, cool, kommt dann allerdings hier raus, dann durch erste große Kampfareal, dann hier durch und sozusagen nach diesem Brückenübergang, einmal scharf links, dann kommt ihr zur dritten Erinnerungsbox. Damit solltet ihr die Zone standardgemäß auf 100% haben, wenn ihr die Zone danach nicht auf 100% habt, liegt das entweder in einem Synchronisationsfehler oder ihr habt eventuell einen Ort noch nicht entdeckt, um Orte und die Schnellreisestationen zu entdecken. Grundsätzlich macht die Hauptmission, macht die Nebenmission, dann habt ihr eigentlich immer alles abgedeckt und müsst euch keine Sorgen darüber machen, ob es noch was zu entdecken gibt oder nicht. Das soll es dann auch schon gewesen sein, diesmal ein bisschen kürzer als das letzte Video eindeutig, natürlich, weil ich auch ein bisschen weniger zu reden habe, weil ich das meiste schon im ersten Video gesehen habe. Wir sehen uns morgen danach, wir sehen uns morgen danach, nein, wir sehen uns morgen dann wieder, wenn es heißt, wir, wenn es, was ist denn das für eine Zone? Wenn es die letzte Zone ist, ist es auf jeden Fall die letzte, hallo, ach nee, ich muss auf Schnellreise gehen, damit das funktioniert. Ich, es ist die letzte Zone, die was hat und zwar Segen des Schmerzes, ähm, ja, die wird dann morgen kommen und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch geholfen und haut da rein.